Musik Achso, hast du das so gemacht? Okay Okay, jetzt ist der Sand weg Können wir da hoch? Ah, guck mal hier, in der Mitte Lol, da ist ein Neto-Portal Boah, leck man hier die Eier Okay, ich glaub das ist nicht die It's Better Together Neto-Map Hä Oder? Hm Da ist ne Festung Sowas hätte ich gern mal im normalen Okay Okay, denkst du das ist die It's Better Together? Nee, Turm, Dings? Nee, oder? Nee, nicht wirklich Okay, warte, dann gehen wir mal zurück Und dann würde ich sagen, wir haben mal ne kleine Aufnahme-Pause Alter Alter, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir Nee, komm mal, da wär, da wird ein bestimmt, äh, äh Das sind bestimmt Schilder Komm mal zurück Und dann würde ich mal kurz sagen, dass wir hier eine kleine Aufnahme-Pause machen Ja, gut, äh, bis gleich Ja, gut, ähm, ich hab die Neto-Map nochmal zweimal aufgesetzt, hier auf dem Server Aper Aper Aper, ja, vor allem Aper Ich würde jetzt weggehen Ja, was Dump, 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 Dump Dump, 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 Dump Das Ding rausmachen Das geht automatisch kaputt Also wir haben das, äh, da geht es nach oben Ich hab das jetzt dreimal neu aufgesetzt, wart das Trittstone Hätte mich noch gern interessiert, wo das hingegangen wäre Aper, wie riesig ist die Map, bitte Sehr gut Also Das war das Ende hier von einer würde ich mal sagen geiler Aufnahmesession oder? Session, ja Wir zerstören hier noch ein bisschen was Okay, hier kannst du wenig zerstören, weil hier ist ein Eisenblöck hier und Obsidian Oh mein Gott Scheißegal Also ich glaube, ups, ich habe außerdem TNT angemacht Ja, du kannst ja fast nichts zerstören, stimme ich dir zu Ja, ok So, ich will mal geschön gucken, wie das da unter der Erde ist Weil der hat einfach mal eins Platz gelassen Wie war's? Hier an der Seite Wo es so runter geht in der Erde Ja, wo geht es runter in der Erde? Hier Wo es gleich explodiert Achso Hier Weißt du, was mich jetzt interessieren wird? Ich gehe jetzt mal da zurück zu diesem Zu diesem Schienen-Dings-Booms Ja, viel Spaß Das würde mich noch interessieren, wie das geht Äh, warte, wo ist denn das? Viel Spaß Oh, Janis Warte, hier ist der Ach Gott, hier steht Turm Warte, jetzt würde mich das mal interessieren, was der da alles gebaut hat Wie das gehen soll Warte, noch nicht zu stören, noch nicht zu stören Mach ich nicht Warte, hier geht Der Boden steht noch Hä? Guck mal, Janis, der hat hier nur Redstone an Lava, sonst nichts Hä, wie? Ja, komm mal her Hier, wo ich bin Wo, wo bist du? Hier oben, hier oben Wo? Wo bist du? Ach Gott, komm zurück, komm zurück Ich bin hier Ja, komm zurück Ja, komm zurück Warte, ich komm hier durch Hier Ja, komm genau hier durch Hier, komm jetzt hier nach oben Oh mein Gott Na, wo? Hier Ach, hier Ja, wo bist du? Ja, eher weniger Hier durch Hier ist Öffnung Hier Guck, ich glaub, das war mal früher irgendwas Hm Weil Redstone an Jetzt nicht mehr Huh, komm mal, sonst ist hier echt gar nichts, Janis Ja Ich hab keine Ahnung, ob das da ein Tor öffnet oder sonst noch nicht Irgendwas Oh mein Alles klar Das war's dann von uns Ja, das war's auf jeden Fall von uns Der hat hier überall noch eine Glasdecke reingezogen, oder? Ja, keine Ahnung, warum Meter dick Warte, hier oben will ich noch kurz was zerstören Boah, ich will auch schon was machen Boah, es kommt Der Server hält's ja aus, läuft halt bloß auf meinem Rechner Also ich find, das ist irgendwie manchmal stabiler wie jeder andere Pass auf, ich glaub, das siehst du gleich überall Warum? Was denn? Was siehst du gleich? Was machst du? Jetzt schmiert gleich dein PC ab Wieso? Was machst du? Was machst du? Janis Oh lol, das ging ja mal schnell Oh lol, da hat sogar unter dem Bodenloch Kauer Oh lol, hier kommt schon die Glasdecke Oh lol, hier kommt schon die Glasdecke Oh lol, da ist alles voll mit Dispensern und Pfeilen Klar Klar Oh lol, hier kommt schon die Glasdecke So, jetzt Penis, Penis in die Erde Heavy Penis in die Erde aber ich würde dann einfach mal sagen wo du jetzt auch immer bist weil du bist da hinten ich sehe dich kann gar nicht sein doch guck wo denn ja jetzt bleibt man hier ich würde sagen tschüss bis zum nächsten mal ich glaube wir zerstören hier noch ein bisschen die map und vielleicht wird er die recht vielleicht für den nächsten märz die andere mehr von diesem erster Stelle hier müssen wir mal schauen genau würde ich sagen guck mal noch mal schnell am anfang weil ich habe mich haben Dienst gemachten Screenshot so alles klar also da brauchte keine Sünden und ich bin jetzt mal die Aufnahme was ich habe zwar nicht verstanden was du gesagt hast schuld und die Döde 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 er war ja noch kurz und ja mit dem Sprung verabschieden wir uns und sein bis zum nächsten Mal warte 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 kurz warte kurz was denn jetzt okay also bis zum nächsten mal tschüss jo warte 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 w